Wir sind die Jugendfeuer Arnsbruck. Wir bedanken uns für die Nominierung zur Coldwater Challenge von der Jugendfeuer Barsmittel. Natürlich laden wir euch gerne zum Grillen noch ein und spenden natürlich auch gerne was für die Paulinchen-Initiative. Viel Spaß bei unserer Challenge! So, heute trainieren wir gezielte Brandbekämpfung. So, das war unser Beitrag zur Coldwater Challenge. Wir nominieren die Jugendfeuerwehr Kleinwesenberg, die Jugendfeuerwehr Barnitz, die Jugendfeuerwehr Bündingstedt. Ihr habt 48 Stunden Zeit, sonst ladet ihr uns zum Grillen ein und eine kleine Spende für Paulinchen e.V. Und naja, bis dann, ne? Steig!